Hallo und Willkommen zurück zu Letzter Lsort mit der Lu und dem CL. Äh, anscheinend das letzte Mal, äh, hier, Garpai. Ich freu mir. Und ja. Dann geht's auch schon im Dorf des... Nicht doch, nicht doch. Ins Tratznest. Nach dem Tratznest geht's ins Dorf. Nach dem Dorf in Sandtelos. Ob ich das für mich heute schaffe, weiß ich nicht. Gehe ich nicht von aus, aber wir lassen uns gerne überraschen. Weil irgendwie ging halt jetzt ja ziemlich schnell mit den Quests. Vielleicht bleibt er ja so. Boim. I will live in Miracle. Boim. Boim. Oh, jetzt habe ich nicht auf was Stylisch geöffnet. Ich bin enttäuscht von mir. Jetzt muss ich mit dem Let's Play aufhören. Oh, der Dungeon geht weiter. Oh, der Dungeon geht weiter. Wie ist Goldflügel? Hm. Nicht auf das Nest gehen, Leute. Jetzt könnte er das Nest. Nein, könnte er nicht. Weiß ich wieso, aber mein Popschutz riecht süß. Ich schnüffel da eben die Gärte dran, falls du süß riechst. Ist da irgendein Stoff drin, den man lieber nicht einatmen sollte? Aber der süchtig war. Ich sollte auch da hin. Das wirkt ein bisschen komisch. Das ist 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 ein wenig komisch. Was ist das? Weggesnipert! Haha! Weggesnipert! Wäre aber cool! Kommt gerade runter und einer in den Kopf! Ja, schade! Möchtest du einen Tee? Oh, tschüss! Wachsniest! Ich spüre lange Wartezeit! Ich brauche doch nur Wasser! Ich brauche doch nur Wasser! Okay! Verbrauch! Erstklassiges Mahn-Alexian! Nein, danke! Hochwertig auch nicht! Starker Vitalitätstron! Nope! Hm! Sag bloß, da kommt jetzt echt keiner! Das wäre ziemlich doof! Melde ich mich wenigstens normal an! Das ist noch einer! Aber bei zwei kommen eigentlich auch noch zwei NPCs! Aber bei zwei kommen eigentlich auch noch zwei NPCs! Wieso wird das da nicht angezeigt? Weg! Die Ghouls! Ja! 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 Oh! So! So war vier! Dann dürft ihr jeden Moment starten! Äh! Stupidos! Dann tausche ich mal Heldenmenschen ein! Nein! Na, schau mal! Dann ist Serena's auf Megafon! Ja! Den einen Teil erhol ich mir sowieso nicht! Der fällt mir nicht! Also her mit den Milenstrengen! Und mit den Wiederbelebungsstallen! Ich hoffe, du hast eine schöne und angenehme Reise! Ich hoffe, du hast eine schöne und angenehme Reise! Juhu! Mach mal gleich was lustiges! Mal gucken, ob da überhaupt jemand darauf antwortet! Mal gucken, ob da überhaupt jemand darauf antwortet! Oh! Da kam direkt eine Antwort! Oh nein! Oh, wie cool! Ich freu mich! Das der Gelder ist logisch! Ah, wie geil! Erwischt! Oh nein! Meine Zahlung ist aufgeflogen! Aber schön, dass es einige gibt, die ich käme! Oh nein! Das ist das Zeichen für Daumen hoch! Ja! Ah, wir haben einen Gegner übersehen! Das ist, weil ich so unkonzentriert bin, weil ich mich gerade freue! Okay. Okay, schön, dass du mich magst. Nicht mit dem Event eigentlich. Oh. Ein bisschen chatten. Genau, dazu. Anscheinend bin ich ja Fane. Nein, Fane bin ich nicht. Noch nicht. Ich habe aber große Ziele. Ich habe gerade Aufnahmesessen. Ich habe gerade Aufnahmesessen. Jupp. Hehehe. Oh. Ja, jetzt auch nicht draus. Ja. He, he. Das ist... Fall. He, he. Tja, du wirst dich freuen, wenn es Ende August beziehungsweise September, ich glaube sogar schon September Achso Ja, danke für die Werbung Gott Nicht drohen, hallo Hab schon sauviel Vorl produziert Wow Keine Ahnung Wahrscheinlich irgendwann mit 50 oder 60 Ich weiß es nicht Achja, hab ich schon viele Pals aufgenommen Wursch Kann sein, ja Ich weiß es nicht Ahhhh Kiss in Tooth So. Ach, die Wachposten, die mache ich jetzt noch schnell alleine. Wo ist denn so ein Wachposten? Das ist bestimmt hier auch irgendwo schon. Ah, hier. Ow. 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 Wenn sie von lor weiter Aqui. Ow. 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 Nein, das werde ich nicht rausschneiden. Und das war's für diese Folge. Bis dahin, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020